Manchmal kommt Luise. Hallo. Oder ich sitze im Bus und glaube, dass ich sie sehe. Oder im Kino. Oder bei der vor einem Spiel steht. Wie plötzlich ist es das Gesicht von Luise, das ich sehe? Hallo. Was willst du? Ich will, dass du aufhörst, dir Vorwürfe zu machen und dass du endlich mal deine Vergangenheit bearbeiten und hinter dir lassen kannst. Wir waren Vögel. Wir waren Raubvögel. Was wünschst du dir? Mein größter Traum ist, fliegen zu können. Wie ein Vogel, wenn man doch bloß abspringen und wegfliegen könnte. Ich bin krank. Krank? Luise, jetzt zieh ihn los! Vera! Du bist davongeschwinkt. Du hast mich doch geprunzt. Hör auf damit. Du hast das Nest verlassen. Du hast mich geschüttet. Hör auf. Und du hast dich von der Krante abgestoßen? Und bist davongeschwinkt. Wir haben nichts getan. Wir ließen sie einfach gehen. In der Ecke hinter dem Schornstein, Vera. Was hast du gesehen? W usage geschanç. Wie geht'sch? Wie geht'sch? Wir machen den Schmer.